Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicole Tetz und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ja, mein Mann und ich sind gerade eben erst, ne was heißt gerade, eben vor zwei Tagen erst von der Sensi Family Reunion in Edinburgh zurückgekommen und ja, ich muss einfach sagen, das war der absolute Wahnsinn. Wir haben Heidi und Orville Thompson kennengelernt und ja, das sind wirklich zwei wunderbare Menschen. Ja, für alle, die nicht wissen, wer das ist, das sind die Firmengründer von Sensi, die geben auch immer mehr so ihre Geschichte preis, wie das entstanden ist mit Sensi und wie sie da vorher gelebt haben oder dass sie auch einen großen Berg Schulden hatten und dass Sensi für sie einfach der Durchbruch war und ja, dass sie sich halt dieses Geschäft aufgebaut haben und ja, sie möchten halt auch gerne mit dem Sensi-Geschäft anderen Leuten helfen, damit sie Geld verdienen quasi und dadurch wieder anderen Menschen helfen können. Sie sagen, man soll mehr geben, als man nehmen kann. Das gehört auch so ein bisschen zur Sensi-Firmenphilosophie dazu und ja, es macht einfach Spaß mit den Produkten zu arbeiten beziehungsweise die zu verkaufen und ja, wenn ich jetzt an die Herbst-Winter-Saison 2017 denke, das wird der absolute Knaller. Das wird unsere beste Saison, die wir jemals hatten. Ich schaue mal auf den Bildschirm, ja. Soll ich in die Kamera gucken? Ja, auf jeden Fall wird es die beste Saison, die wir jemals hatten. Wir werden jetzt halt in Deutschland auch größer, also beziehungsweise wir verkaufen mehr, wir brauchen mehr Kataloge. Dadurch wurden jetzt auch schon die Preise der Kataloge gesenkt, also die werden jetzt zur Herbst-Winter-Saison gesenkt und ja, die Produkte sind einfach großartig und da kommt keine andere Firma ran, meiner Meinung nach. Schon alleine, was die Garantie angeht, wir haben ja auf unsere Duftlampen und die Diffuser eine unbegrenzte Garantie. Das heißt, wenn euch das Licht oder die Heizplatte oder die Diffuser-Funktion kaputt geht, dann werdet ihr das ausgetauscht bekommen. Natürlich nur, wenn es von alleine kaputt gegangen ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas runter schmeißt oder so und man sieht es genau, dass das dadurch kaputt gegangen ist, dann ist es natürlich keine Garantie. Dann tauscht das Sensi auch nicht um. Ja, aber sonst ist unser Support mit defekten Artikeln, die halt von alleine kaputt gegangen sind. Sehr kulant, muss man sagen. Und ja, das entspricht auch wieder der Philosophie. Gebe mehr, als du nehmen kannst. Und deswegen diese lebenslange Garantie, weil ihr ja, wenn ihr andere Produkte kauft, ist nach zwei Jahren die Garantie beendet und dann geht euch das Teil kaputt und dann kriegt ihr das eben nicht mehr ersetzt. Aber anders ist es bei Sensi. Ja, ich wollte halt eigentlich immer so ein bisschen über meine Sensi-Geschichte reden. Die begann im August 2014, also das ist jetzt schon drei Jahre her. Sie hat jetzt eigentlich nicht als Sensi-Geschichte angefangen. Also ich wollte nie Berater werden. Das war nie meine Passion. Ich hatte schon in mehreren Direktvertriebsunternehmen gearbeitet. Und irgendwie gab es immer irgendwo was, wo ich gesagt habe, nee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Das möchte ich so nicht machen oder so weiter beibehalten. Ja, dann kam ich zu Sensi, weil ich halt eben keinen Berater in der Umgebung gefunden hatte und habe mir halt einfach mal das Starter-Kit bestellt, weil ich dachte, naja, die 99 Euro ist eine Duftlampe dabei. Also den Produktwert hast du auf jeden Fall wieder herinnen. Und jetzt waren ja damals die Sets wirklich viel kleiner. Wir hatten ja nur eine Duftlampe, die wirklich einer Urne gleich sah. Und ja, was soll man dazu sagen? Heute sind zwei Duftlampen drinnen im Set. Es ist noch ein Bodyclip mit drin. Ich glaube, das Einhorn ist es. Und ja, es sind halt Düfte drin und Carbars und ja, alles Mögliche und noch ganz viele Geschäftsmaterialien, die man braucht. Also man bekommt heute wirklich alles, was man für den Einstieg bei Sensi braucht. Ja, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich habe das Starter-Kit bestellt und weil ich es in Facebook in der Gruppe kennengelernt hatte, wo eine das halt verkauft hatte und die Kunden, die waren total begeistert von den Produkten. Da habe ich gedacht, na gut, dann kaufst du das halt einfach einmal und schaust halt einmal, wie das zu euch so ist, habe ich mal gedacht. Gut, es hat drei Tage gedauert, bis es dann endlich da war. Mein Mann und ich waren schon ganz hibbelig. Also es waren wirklich sehr, sehr lange drei Tage. Und dann haben wir es ausgepackt und haben sofort das Schnuppern angefangen. Wir hatten ja damals, wie jetzt im August, das doppelte Starter-Kit. Das heißt, wir hatten die Frühling-Sommer-Düfte, die es ja zur aktuellen Zeit mit einer Vergünstigung von 10 Prozent gab. Und wir hatten auch schon die Herbst-Winter-Düfte dabei. Ja, damit man halt gleich in die Herbst-Winter-Kollektion dann auch gleich mit starten kann. Das ist also das Angebot, was es bisher im August immer gab. Ja, dann haben wir uns ein Stück die Sommer-Düfte durchgeschnuppert und wir sind echt aus dem Staunende mal rausgekommen. Haben dann angefangen, ja, Bilder zu machen, das dann Facebook unseren Freunden zu zeigen, was wir halt jetzt Cooles gefunden haben. Und ja, dann kamen auch schon die ersten Leute, die es gesagt haben, Mensch, das möchte ich auch mal riechen. Dann sind halt so nach und nach ein paar Leute bei uns vorbeigekommen und ja, haben die Sachen geschnuppert und haben dann auch Sachen mitbestellt. Ich hab mir gedacht, cool, kriege ich gleich eine Bestellung zusammen und kann mir dann was gratis aussuchen. Das, da habe ich mich dann schon sehr gefreut drüber, dass ich mir gratis was aussuchen konnte. Ja, und dann haben wir das halt jetzt, ja, ich würde sagen, zwei Jahre so weiterbetrieben, ab und zu mal eine Sammelbestellung aufgegeben. Aber wir hatten nie vor, da was Größeres draus zu machen. Angefangen hat es dann letztes Jahr, als wir zur Sensi Family Union in Frankfurt gegangen sind. Und ich muss sagen, für mich war es eine große Herausforderung, nach Frankfurt zu fahren, aus gesundheitlichen Gründen. Sensi ist auch zu einem Zeitpunkt in mein Leben getreten, wo es mir gesundheitlich überhaupt nicht gut ging. Und ja, dadurch habe ich dann auch nicht irgendwie das weiter verfolgt, weil ich nur drauf schauen wollte, dass es mir wieder besser geht. Gut, dann sind wir ja, ja, vor zwei Jahren war dann schon eine Reunion in Kassel. Da konnte ich aber nicht hinfahren, also es war für mich gesundheitlich überhaupt nicht möglich. Und ein Jahr später, also ich habe mich dann auch wahnsinnig darüber geärgert, weil die haben dann auch wieder so tolle Produkte bekommen und haben dann auch das neue Sensi System damals bekommen. Das war unser toller Diffuser, den wir ja immer noch haben, der super ist. Es kommen wieder ganz, ganz tolle Lampenschirme, aber ich schweif schon wieder vom Thema ab. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, Kassel war man nicht, da habe ich mich drüber geärgert. Mein Mann war damals auch noch nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich muss jetzt da unbedingt hin. Und letztes Jahr war es dann so, dass wir schon ein Teammitglied hatten und der ihr Mann ging da mit zur Reunion und dann haben sie eben gesagt, Mensch Manuel, geh halt auch mit. Dann ist der Daniel nicht so alleine. Liebe Grüße eben an Christina und Daniel, unsere ersten Teammitglieder, die immer noch dabei sind. Und ich schweif schon wieder vom Thema ab. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, und dann hat sie halt der Manuel erbarmt mitzugehen auf die Reunion letztes Jahr. Und ja, da haben wir dann irgendwie Blut geleckt, weil wir gesehen haben, wie toll das ist. Das ist alles so so familiär und du wirst zu nichts gezwungen. Also du kannst selber entscheiden, wie du dein Geschäft aufbauen möchtest. Du kannst selber entscheiden, wie viel Umsatz du im Monat machen möchtest. Du musst dich halt nur daran halten, dass du alle drei Monate einmal eine Bestellung von 300 Euro hast. Und sonst musst du eigentlich gar nichts weiter beachten. Also es gibt schon Richtlinien, an die man sich halten muss. Aber wir haben halt relativ viele Freiheiten bei Sensi. Aber das kann man ja in einem persönlichen Gespräch besser klären. Ja, wir sind dann auf jeden Fall dort gewesen. Das war alles super familiär. Unsere Direktorin hatte dann den Shining Star bekommen. Das ist ein Award quasi oder eine Auszeichnung, die man nur bekommen kann, indem man nominiert wird von den anderen Beratern dafür. Und den hat sie auch wirklich verdient. Liebe Grüße an dich von hier aus, Sabrina. Ja, den hat sie also wirklich verdient bekommen. Und das haben wir dann auch alles riesig gefeiert. Und ja, ich bin so froh, dass ich da dabei war. Man lernt die anderen Kollegen kennen, die man nur so durchs Internet kennenlernt. Und das ist das ist einfach wie eine Familie. Das heißt ja Asensi Family. Und das ist einfach die Familie, die eigene Familie steht bei Sensi auch im Vordergrund. Und ja, nicht das Geschäft. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das beschreiben soll. Das ist so eine Herzlichkeit, die ich bisher in noch keinem Job so erlebt habe. Wobei ich jetzt als Sensi für mich nicht als Job sehe, sondern es ist einfach, ja, ich teile meine Freude an den Produkten, ja, mit anderen Menschen. Ich versuche immer wieder Kontakte zu knüpfen. Versuche über meinen eigenen Schatten zu springen. Und der Schatten war dieses Jahr sehr groß. Als wir dann letztes Jahr gehört haben, dass die Sensi Family Reunion diesmal in Edinburgh in Schottland stattfindet, war für mich so, ging es für mich schon wieder so bergab. Weil ich ja wusste, ich muss wieder über meinen Schatten springen. Ich meine, mich hat das schon gepusht, dass ich da letztes Jahr nach Frankfurt mitgehen konnte. Und diesmal musste ich über meinen eigenen Schatten springen, weil ich in ein Flugzeug steigen musste. Und ich hatte panische Angst vorm Fliegen. Ich hatte einmal, also mein erster Flug, den ich überhaupt geflogen bin, war die Hölle. Vier Stunden nur Turbulenzen, mir haben nichts zu trinken gekriegt. Ich saß wie verkrampft damals in dem Sitz und das ist einfach bei mir hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte da hin und ich wollte mir das nicht entgehen lassen, weil ich wusste, wenn ich da nicht hingehe, dann werde ich mich im Nachhinein ärgern. Also hat mich Sensi wieder herausgefordert und ich bin in ein Flugzeug gestiegen. Ja, hinwärts muss ich einen Dank an die Pharmaindustrie aussprechen, die hat mir da sehr gut geholfen. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist gar nicht so schlimm gewesen und diese Flüge, wo so starke Turbulenzen sind, das sind einfach Ausnahmen. Ja. Heimwärts habe ich es dann ohne Medikamente geschafft, da bin ich auch sehr stolz auf mich. Ja, bin dann, habe den Flug dann auch richtig genossen. Ich saß am Fenster, habe Fotos geschossen von über den Wolken und ja, ich habe mich einfach gefühlt wie, ich weiß nicht, weil ich halt über meine Grenzen hinausgegangen bin. Über meine selbst gesteckten Grenzen bin ich hinausgegangen, bin nach Schottland geflogen, habe mich in einer großen Menschenmenge, was auch für mich ein Problem ist, aufgehalten. Aber das sind alles so, so, sind alles herzliche Menschen irgendwie. Das ist egal, aus welchem Land die kommen. Es waren Franzosen da, Spanier, Engländer, Schotten, Irland war da und Österreich und Deutschland. Und ja, das ist einfach, das muss man erlebt haben, diese Herzlichkeit. Wir haben dann auch in die Gruppe ab und zu mal Videos gestreamt, in unsere Sensi-Gruppe. Und ja, das ist einfach, es kam ja schon ein Feeling rüber, aber dieses Feeling, das hat man nur, wenn man da selber dort ist. Und dann, ja, haben wir auch noch ganz viele Geschenke bekommen und das neue Duftsystem auf jeden Fall. Und ja, und das ist einfach, ich habe so einen Adrenalinstoß gehabt, dass ich glaube, ich zwei Tage hinterher noch total aufgezogen war. Also der zweite Tag war gestern, heute habe ich jetzt meinen Tiefpunkt ein bisschen. Ich bin total müde, weil der Schlaf natürlich auch zu kurz gekommen ist. Aber es hat Spaß gemacht und ich weiß, dass ich, wenn es mir noch besser geht und Sensi hilft mir dabei, dass ich dann mit Sensi alles erreichen kann, was ich will. Also das weiß ich. Und wo ich das jetzt sagt, kriege ich Gänsehaut. Weil das ist der erste Job in meinem Leben, wo ich sage, den liebe ich. Also den liebe ich über alles und den möchte ich niemals wieder aufgeben. Es ist jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das Geld, was mich da reizt zu verdienen, sondern das ist einfach dieses unter Menschen zu gehen, die Herausforderungen, die mir Sensi immer wieder stellt, dass ich halt einfach einen Weg zurück ins Leben finde. Und ja, ich fieber da schon so lange hin auf diese Reunion und ich habe mich da schon so wahnsinnig gefreut und auch Angst dabei gehabt und ja, und bin so stolz auf mich, weil ich das einfach geschafft habe. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand vielleicht nachvollziehen kann, weil ich das einfach geschafft habe, sondern auf der Reunion kam dann der nächste Knaller. Wo findet die Sensi Family Union 2018 2018 statt? In Anaheim in Kalifornien. Wir saßen alle da drin, wie wenn man unser Brett vor den Kopf geschlagen hatte. Ja, weil es nicht mehr in Europa ist, sondern halt nächstes Jahr wollen sie eine globale Reunion machen in Anaheim Disney World. Ich glaube, es war Disney World oder Disneyland. Ich glaube, das ist das kleinere davon. Ja, und eben halt dann auch dort drin. Da gibt es dann auch noch eine extra Veranstaltung, wo der Park für die Sensi Belader bis nachts um zwei geöffnet ist. Und ja, es ist schon geil. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt nicht hinfliege, habe ich vielleicht schauen, wie lange man da fliegen muss. Ja, es sind um die zwölf Stunden, die man da fliegen muss. Und ja, ich muss sagen, ich will da hin. So blöd es auch klingen mag, ich will da hin. Ich will das erleben. Ich will einfach mein Leben wieder in die Hand nehmen und einfach schöne Erlebnisse schaffen, dass ich einfach schöne Erinnerungen habe. Und ja, dass ich halt auch einfach was zum Erzählen habe. Und Sachen, die man mit Sensi erlebt, die erlebt man so als normalsterblicher Netz, sage ich mal. Die erlebt man nur, wenn man da in dieser Gemeinschaft mit drinnen ist, weil da finden Veranstaltungen statt. Wenn du jetzt mal angenommen, du fliegst dorthin nach Anaheim als Gast, als normaler Gast, sage ich jetzt mal, buchst dir den Flug, machst dort Urlaub, dann erlebst du nicht diese Sachen, die Sensi da schafft. Also es gibt ja da auch noch extra Veranstaltungen und wo wirklich super Erlebnisse draus werden. Oder zum Beispiel unsere Incentive-Reise nächstes Jahr. Die wollen mein Mann und ich uns unbedingt erarbeiten. Wir haben uns schon einen Plan erstellt und ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir das hinkriegen, weil wir wollen diese verdammte Incentive haben, weil das ist eine Mittelmeerkreuzfahrt, sieben Tage lang. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch wieder extra Veranstaltungen von Sensi gibt, die so toll sind, dass du das, wenn du normal diese Kreuzfahrt machen würdest, nicht erleben würdest. Du wirst da so dermaßen belohnt für deine Arbeit, dass du, ja, dir wird da hindern oder was auch immer, wird dir alles denn dahergetragen. Du musst für nichts zahlen, wenn du dir diese, diese Stufe erarbeitest, das all inklusiv ist. Und ja, wir haben auch gesagt, wenn wir nur eine Stufe schaffen, dass für eine Person all inklusiv ist, dann werden wir die zweite Person auf jeden Fall noch dazu kaufen, weil sowas werden wir nie mehr erleben. Das ist halt, ich weiß nicht, hat euch euer Chef schon mal gesagt, ja, hey, super Arbeit, ich spende dir eine Reise. Hat es dein Chef schon mal zu dir gesagt? Also ich habe das in der Vergangenheit noch nicht erlebt, dass man positiv gepusht wurde. Ich kanne das immer nur, dass halt gesucht wird, ja, da hast du einen Fehler gemacht und dort hast du einen Fehler gemacht und jetzt kann man da wieder eine auf den Deckel hauen und das ist bei Sensi überhaupt nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, für die du auch gelobt wirst oder für die du Belohnungen bekommst und ja, das finde ich so wichtig. Das ist das, was Sensi halt ausmacht und was auch den Direktvertrieb im Allgemeinen ausmacht und das, was mir halt auch Spaß macht. Ja, eigentlich wollte ich euch nur schnell was erzählen. Ich glaube, das Wesentliche habe ich jetzt trotzdem alles vergessen. Hm, ich weiß das gar nicht. Ach, was ich euch noch zeigen wollte. Lass die an. Sieht mir jetzt nicht, wie ich am Licht. Ich mach mir schon das Licht aus. So, jetzt seht ihr zwar mich nicht mehr, aber ihr seht unseren Sensi Go. Jetzt machen wir den Laptop noch zu, dann ist hier gleich eine Ruhe. Das hier ist unser Sensi Go und er erinnert so besser vor dem Farbwechsel her an unseren Diffuser. Wir haben hier allerdings keine 16 Farben, sondern nur 7 Farben, die auch, wie ihr seht, schön langsam ineinander übergehen. Jo. Ich finde das klasse. Und wie bei unserem tollen Diffuser, könnt ihr auch hier jede Farbe einzeln stellen. Weiß, Gelb, Grün, so ein helleres Blau, dunkles Blau, Pink, Rot und dann sind wir schon wieder bei Weiß angekommen. Ich mach jetzt mal auf das weiße Licht und zeig euch mal das Innenleben. Also wir haben hier so einen Deckel oben drauf. Und dann seht ihr hier, ich mach ihn mal aus, dass hier in der Mitte was drin ist, na geh aus. So, jetzt ist er aus. Der Ventilator. Da ist so ein kleiner, lautloser Ventilator drin. Also den hört man kaum. Man muss schon wirklich richtig hinhören, dass man ihn hört. Jetzt schalte ich ihn mal wieder ein. Ein bisschen länger drauf drücken. Und dann geht er wieder an. Und dann haben wir hier diese, sieht man jetzt nicht, weil es dunkles ist. Die zeige ich euch gleich im Licht nochmal. Diese Sensi-Pots. Das sind also so kleine Behälter, sage ich jetzt mal. Da sind so kleine Kügelchen drinnen. Und die haben wir, die sind beduftet. Und die kommen dann hier rein. Wie ihr jetzt seht, ist es so, dass da noch Platz für einen zweiten mehr. Ich habe hier noch einen zweiten, den stecke ich mal noch mit rein. Und dann hat man quasi eine höhere Duftintensität. Man kann auch Düfte mischen. Wir in Deutschland bekommen jetzt elf verschiedene Düfte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Düfte drin, die ich überhaupt nicht mag. Wollen wir das Licht wieder haben. Da ist er jetzt nochmal im Licht. Da seht ihr das. Und das sind diese Sensi-Pots. Nennen sich die. Und da sind eben diese Duftkügelchen drin. Und eine so eine Packung, habe ich erst schon gesagt, hält 120 Stunden. Ich habe jetzt hier zwei Düfte, die ich als Wachs absolut verabscheue. Echt. Anders kann ich das schon gar nicht sagen. Und zwar ist es Chemie Time und Luna. Das sind zwei Düfte, die gehen bei mir überhaupt nicht. Jetzt habe ich aber die beiden, ja, auf der, also in Schottland haben wir die natürlich alle schon schön geladen. Und haben sie dann auch gleich ausprobiert alle. Und ja, ich hatte den abends im Schlafzimmer drin. Und ich muss sagen, das war richtig angenehm. Das ist ja ein ganz anderes Dufterlebnis wie jetzt mit dem Wachs. Es ist nicht so intensiv. Es ist, ähm, ja, angenehm, sage ich einmal. Und es hat angenehm nach Lavendel und halt so Entspannungsduft gerochen im Schlafzimmer. Ich habe jetzt allerdings schon festgestellt, dass er, glaube ich, nach drei Stunden ausgeht. Da muss ich mich aber noch einmal schlau machen, ähm, in der Broschüre drüber. Weil ich habe ihn dann jetzt an. Ich habe ihn in der Handtasche drin und habe dann vergessen rauszuholen. Und jetzt war er aus. Und ich vermute einfach, dass er nach einer gewissen Zeit das Licht und der Ventilator ausgeht. Ja, man kann jetzt halt hier auch Düfte mischen. Also Luna und Jenny Time gibt ja echt eine leckere Duftmischung. Und das aus meinem Mund, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich solche Düfte überhaupt nicht mag. So, und dann macht man den Deckel einfach drauf wieder. Und dann geht's weiter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, ähm, diese Knöpfe. Das hier ist der für den Ventilator. Da sieht man jetzt das orangene Licht. Wenn ich drauf drücke, hat man hier das grüne Licht. Und das grüne Licht bedeutet, das ist der Öko-Modus. Ich habe auch schon mit dem Stoppuhr daneben gestanden. Und im Öko-Modus ist es so, dass die, ne, nicht Batterie, da ist ein Akku drin, dass der Akku bis zu 40 Stunden hält. Habt ihr schon mal so ein Gerät gesehen, wo ein Akku bis zu 40 Stunden hält? Das müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. 40 Stunden. Ich kenne so Geräte in der Art, aber auch nicht so. Also trotzdem anders, da hält der Akku höchstens vier, fünf Stunden. Und hier haben wir bis zu 40 Stunden mit Lichtoption und mit Duftfunktion. Und der Duft verbreitet sich sofort im Raum. Also das ist einfach der Wahnsinn, das Gerät. Und hier haben wir, ähm, ja. Das hier ist die Ventilatorfunktion, das hier ist die Lichtfunktion. Ähm, wenn man einmal lang drauf drückt, dann geht eben dieser Farbwechsler durch. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann kann man die einzelnen Farben einstellen. Und hier unten haben wir den, äh, USB-Stecker quasi, dass man es mit einem USB-Kabel laden können. Und diesen Rüpfel da, den stiebt man dann einfach wieder rein. Und dann ist das alles wieder, ja, gut verschlossen. Ich habe jetzt hier den mit dem Rosé-Goldenen Band. Und ab 1. September gibt's dann, also den gibt's ja erst ab 1. September, gibt's dann dann auch mit dem, ähm, silberfarbenen Band. Genau. Also wir haben dann schon überall dabei. Ich habe ihn schon in der Handtasche dabei gehabt. Ist sehr praktisch in der Handtasche als Licht. Wenn man was sucht drinnen zum Beispiel. Ähm, er passt auch wunderbar rein im Auto, in den Becherhalter. Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir dann endlich, ähm, Coconut-Lemongrass bestellen können. Was ja auch gegen, ähm, Moskitos ist. Dann, ähm, werde ich ihn auf jeden Fall auch draußen testen. Bei Nacht, wenn diese ganzen Mücken und so die ganze Zeit kommen. Ähm, dann haben wir noch, für was haben wir dann noch verwendet? Ja, draußen, wenn's dunkel ist, zum Beispiel, als schöne Lichtquelle, ähm, auf dem Tisch stehen. Du kannst das Teil mit auf die Arbeit nehmen, also auf deinen Bürotisch stellen. Dann kannst du, ja, du kannst es überall mit hinnehmen. Ich habe jetzt auch schon eine Kundin, ähm, die hat ein Haarentfernungsstudio. Und sie hat gesagt, das ist cool, sie ist offenbar nur eine Stunde in dem Studio drin. Und bis sie dann die Duftlampe anschließt, ähm, ja, und der Duft dann anfängt, oder das Wachs anfängt zu duften, ähm, ist es so, dass sie dann schon fast wieder geht. Und dadurch, dass er halt hier gleich Strom verströmt, Strom, Duft verströmt, ist es, äh, für sie praktischer. Und sie kann ihn dann wieder mit einpacken und wieder mit nach Hause nehmen. Ja, überall. Überall oder zum Beispiel auch in kleinen Toiletten, wo man bisher keine Duftlampen unterbringen konnten. Was gibt's denn noch alles? Euch werden bestimmt noch viele verschiedene Möglichkeiten einfallen. Auf jeden Fall ist das Teil der absolute Knaller. Also es ist wirklich ganz leicht zu bedienen. Ihr macht es hier auf, holt die Potts raus, setzt neue ein. Und wie gesagt, ähm, 120 Stunden hält eins auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch noch länger. Der Duft, der wird dann, denke ich, mit der Zeit ein bisschen, ähm, weniger. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall, äh, die 120 Stunden halten. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit, aber die möchte ich noch nicht mit euch teilen. Denn, ja, sonst wäre ja die Überraschung für den neuen Katalog schon dahin. Ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Katalog. Es kommt etwas auf das wir schon lange gewartet haben. Und bis heute leider noch nicht bekommen haben. Aber im September bekommen wir es. Vielleicht können sich manche schon vorstellen, was es ist. Ähm, ja, meine Partys sind schon sehr gut gebucht. Also wer in der Herbst-Winter-Saison eine Party haben möchte, der sollte sich schnell bei mir melden. Weil unsere Ziele sind groß. Und, wie gesagt, wir wollen diese Incentive-Reise haben. Und, von daher gesehen, werde ich auch schauen, dass mein Terminkalender, ähm, proppenvoll ist. Ja, das war's jetzt so, was ich euch erzählen wollte. Ich wollte es eigentlich kürzer fassen, habe es aber leider nicht geschafft. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, wer es bis zum Ende des Videos schafft, sieht unseren coolen Sensi Go. Und, ja, ich werde die Woche, hoffe ich, noch ein paar andere Videos machen. Ähm, ja, zum aktuellen Starter-Kit vielleicht noch. Und, ja, mal schauen, was noch dabei rumkommt. Na gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und, ja, vielleicht sehen wir uns ja auf irgendeiner unserer Partys. Ciao! Ciao!